... ... ... ... ... ... ... ... Hallo! Hallo, Lilly! Guten Tag! Wie geht's? Sehr gut! Komm rein! Hallo, Anna! Wo warst du denn? In Dietzenbach. Dietzenbach? Wo ist denn das? Dietzenbach liegt südöstlich von Frankfurt am Main. Ach, in Hessen? Spricht man da auch Deutsch? Bei uns spricht man hessisch und Deutsch. Hessisch? Ja. Das kann man doch nicht verstehen, oder? Also, ich schon. Du kannst mich rütteln, schütteln. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Können ich grad verrückt werden? Ja. 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 Hallo! Hallo, Lilly! Guten Tag! Wie geht's? Sehr gut! Komm rein! Hallo, Anna! Hi! Wo warst du denn? In Dietzenbach? Dietzenbach? Mhm. Wo ist denn das? Dietzenbach liegt südöstlich von Frankfurt am Main. Ach, in Hessen? Mhm. Spricht man da auch Deutsch? Bei uns spricht man hessisch und Deutsch. Hessisch? Ja. Das kann man doch nicht verstehen, oder? Also, ich schon. Du kannst mich rütteln, schütteln. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Können ich grad verrückt werden. Hallo! Hallo, Lilly! Na? Na? Wie geht's? Komm rein! Hi! Wo warst du denn? In Dietzenbach? In Dietzenbach. Dietzenbach liegt südöstlich von Frankfurt am Main. Ach, in Hessen? Mhm. Bei uns spricht man hessisch und Deutsch. Also, ich schon. Du kannst mich rütteln, schütteln. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Können ich grad verrückt werden. Dann! Dann! Ja.